So, Moment, da kommt einer angekrochen. So, dann gucken wir mal, da hinten soll auch noch eine sein. Also die liegen nicht hier im Garage. Komm da hinten nicht ran, Andi. Nehmen wir mal da hin. Da ist einer. Ich hab keine Ahnung, ob hier... Ah, koch, man sieht die doch ganz gut. Da ist auch noch eine. Ja, man sieht die doch ganz gut. Wenn das nur die sind, dann... Wer hat mich denn da gesehen? Dann schärfe ich die mal. Mich hat einer gesehen? Wer soll das denn gewesen sein, bitte? Weißt du? Okay. Was haben die denn hier fallen hingelegt? Das ist ja... Wenn die mal hin und her rennen, dann treten die auf ihr eigenes. Okay, gut. Also hier sind noch Gegner, die ich nicht treffe, ne? Ja. Hier ein Stolperdraht ist aber, er sieht nicht so aus. Ich würde mal fast sagen, dass du die ganze Geschichte da alleine ledigst. Muss ja sowieso. Und ich erledige den anderen Scheiß hier von alleine. Jetzt seid ihr, ich brauche gleich deine Hilfe. Okay. Die werde ich wohl wirklich brauchen gleich. Ich habe verstanden. Geh mal hier durch. Hier ist nichts. Okay, da ist auch wieder eine. Ach, die sind da einfach darzustellt. Hier. Wir stückeln uns mal ran. Oh, was haben wir denn da? Noch eine. Okay. Und da liegt was? Da hinten liegt auch noch eine. Briefe! Ja, ich habe auch einen, warten Sie? Ein Brief gefunden. Jawoll! Weiter geht's. Die können wir nicht nehmen. Okay, da komme ich nicht weiter. Da ist der Panzer. Da komme ich nicht ran. Finde ich, dass hier noch eine so irgendwie liegt. Weil das ist ja jetzt echt einfach, weil die kann man ja sehr gut sehen, auch ohne Fernglas. Ich muss irgendwie die, den Horchposten hier platt machen. Ah! Ich bewege mich mal und ich werde nicht... Passen Sie mal auf jetzt. Was jetzt passiert? Was passiert denn jetzt? Ah! Sehr schön. Erste Primärziel erledigt. Okay, hier war das Minenfeld. Wir haben alle Minen deaktiviert. Geil. Okay, das haben wir. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich den Panzer irgendwie platt machen. Aber da draußen laufen noch Typen rum. Moment, hier soll auch ein Weg runtergehen. Wir müssen uns irgendwie leise holen. Ich weiß nur noch nicht wie. Boah, dann sind wir hier auch noch Minen. Oder? So Leute, wir gucken jetzt noch mal auf der Karte. Machen Tab. So. So, den Horchposten haben wir zerstört. Dann müssen wir den Kommandanten, der ist ja ganz zum Schluss. Oh echt? Der ist da oben. Und da sind die Partisanen. Die sind da hinten. Ach du Scheiße. Partisanen sind da hinten. Da haben Sie vorhin gesagt, in meinem Bereich sind noch welche. Partisanen sind da hinten. Scharfschützen musst du noch töten. Zwei Stück. Drei Informationen mit den Partisanen. Und neutralisieren die Munitionstransporter. Wo sind denn die Munitionstransporter? Da, zerstöre den Fuhrpark. Ah, ich weiß schon wo. Alles klar. Ich gehe unten lang. Äh, oben lang. Hm. Das ist mir zu riskant. Mein Problem ist, wo gehst du lang? Unten? Nein, ich gehe oben lang. Also, weil irgendwie unten ist mir zu riskant. So habe ich einen besseren Überblick. Ach du Scheiße. Da sind auch welche. Ah, fuck. Oh, da ist einer, der hat einen Abschiedsbrief dabei. Ach du Scheiße. Wie viele sind denn hier? Ach du Scheiße. Alter, ich glaube, ich muss ein bisschen Krach machen, Herr Hoxton. Nein, das musst du noch nicht. Ich habe hier kein Gebüsch. Ich weiß nicht, wie ich die ausschalten soll. Oh, fuck, ey. Und ich habe kein Fernglas. Ich muss mich jetzt leise an alle ranpirschen hier. Oh, wie soll ich denn hier? Ah, da ist noch jemand, den ich nicht markiert habe. Schnell, 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 schnell. Der hat mir, glaube ich, noch gefehlt, den ich da markiert habe. Ich muss die alle leise holen. Mann, ey. Wie soll ich das denn hier schaffen, ey? Scheiße, ey. Schleich mich mal hier rum. Das wird man nicht einfach. Aber keiner hat gesagt, dass es einfach wird. Nee. Oh, da kommt Scheiße, der kommt hier. Komm, ich schmeiße ein Steinchen in den Arsch lecken. Okay. Oh nein, da sind zwei aktiviert. Scheiße. Einer ist down. Oh, alle sind so aktiviert. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Wenn die jetzt alle da rüber gehen, dann geht es nicht. Hat mich einer gesehen? Boah. Keiner hat mich gesehen. Gott sei Dank. Ich lege den mal hier ab, den Kollegen. Oh, der eine kommt von hinten. Der ist echt von hinten. Hört sich komisch an, Leute. Aber der kommt von hinten. Einen habe ich erledigt. Der kommt. Der kommt echt hier lang. Geht er wieder zurück? Dann hole ich ihn mir. So, komm mal hier rein, Kollege. Komm mal hier rein. Kannst ruhig hier reinkommen. Der geht jetzt wieder zurück. Na, komm. Komm hier rein. Keiner gehört. Scheiße. Oh, nein. Nein. Ach, Mann. Scheiße, ey. So. Wo bin ich denn jetzt? Das hat keiner gemerkt. Oh, der steht immer noch hier. Warten Sie mal, den hole ich mir jetzt. Keiner hat es gemerkt. Nee, der geht hier richtig weit. Alter. Weiter gehen. Wieder zurück. So, geht zurück. Genau, geht zurück. Da kommt einer. Geh einfach zurück. Wenn alles klappt, kann ich ihn leise holen. Und wieder einer da. Okay, ich hab ihn. Weil wenn er weitergegangen war, hätten die anderen den auch gesehen. Und das wäre nicht gut geworden. Sonst nicht mehr? Gut, muss reichen. Ja. Dann holen wir den erstmal wieder weg hier. Wir hoffen, dass den keiner sieht. Na, ich leg den auch mal hier hin. Ein bisschen weiter ruhig. Ja. Richtig mal da hin, Kollege. Sehr schön. Weil es ist ja so, wenn den einer sieht, dann ist es immer scheiße. Dann ist Alarma. Kann natürlich sein, dass sie jetzt... Warte mal. Oh, vom laufenden hier oben, ey. Wollen wir uns den nächsten? Mach gucken. Da ist nämlich der Nächste, der seinen Pfosten jetzt eingenommen hat. Wollen wir mal. Ich bin jetzt erstmal verschwunden. Ja. Ich hab mich jetzt erstmal versteckt. Boah, ich hab hier so viele, die ich hier kaputt machen muss. Leck mich am Arsch. Ja, ich hab hier auch fünf Stück oder so. Da ist einer. Da sind wieder alle aktiviert, dieses Schweinchen. Jetzt kommt einer hier rauf. Du kannst doch mal gucken, ob du da irgendwie in der Nähe irgendwas findest. Wegen so... Vögel, weißt du? Ja, aber jetzt hier nicht. Einer kommt auf dich zu, glaub ich. Ja, ja, ich hab den hier im Auge. Ich hab den angelöckelt. Die anderen sind auch aktiviert. Ich verstehe. Hauptsache, der geht nicht von der anderen Seite da rauf. Ich speichere mal kurz. Ja. Komm, noch ein Stückchen und dann darfst du dich wieder umdrehen. Dann hole ich mehr dich. Okay, weiter geht's. Okay. Drehst du dich nochmal zu mir? Kommst du denn jetzt auch hier hin, Kollege? Okay. Wie soll ich denn da rankommen, ey? Wie soll ich die denn töten? Komm mal her. Komm mal aus dem Fenster. Ein Schuss auf den Kopf. Wir gucken mal, ob wir die nicht irgendwie leise holen können hier. Oh Gott, der andere kommt. Aber die sehen mich auch alle, ne? Warte mal, ich versuch den einmal... Der haut immer ab. Wenn er nie aus will. Du bist doch ganz alleine da hinten, ne? Konnte jetzt eine Leiche nicht durchsuchen, aber ich weiß nicht, ob der was hat. Wäre aber wichtig gewesen. Was machen sie denn? Ja, da war ein anderer. Sie müssen das aber tun. Ja, ich weiß, Herr Hoxton. Das geht doch so nicht. Aber ich will die nach und nach mir da alle wegholen. Ja, das mache ich auch, aber... Scheiße, ich höre da auch keiner. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Okay, dann muss ich ein bisschen näher ran. Ich kann zwar noch, ja. Dann komm mal hier hin. Lass mal auf. Du läufst da hinten lang. Und wenn du hinterm Gebäude bist... Da habe ich einen nicht markiert. Der hat eine Panzerfaust dabei. Dann ist es nicht gut. Respekt. Respekt da. Kommt er hier hoch, aber noch nicht weit genug. Da rumort doch etwas. Im Magen. Bitte? Da rumort doch etwas im Magen. Weiß ich hier noch mal was. Rumore. Ein Geräusch. Würde ich sagen. Na komm, geh mal dahin. Genau, ein Stückchen weiter. Da bin ich wach gemacht. Die sind ein bisschen nervös gerade. Cool, dann habe ich nur noch zwei da rumstehen. Ey, das läuft gut. Ich verpisse mich mal eben schnell. Weil das ist nicht gut. Wir sind alle ein bisschen nervös gerade. Der sieht mich. Ich glaube, ich war schneller wie er. Ich hätte vielleicht den Stein nicht vom Kopf schmeißen sollen. Ich habe den Stein vom Kopf geschmissen. Das ist nicht gut. Ich fand das okay. Ja, aber er nicht, ne? Ja, er war jetzt nicht so begeistert. Okay, ich habe wieder einen weg. Aber der hat das nicht gemerkt. Es läuft hier gut, Herr Ochsten. Den habe ich aber diesmal durchsucht. So, es sind nur noch zwei da. Ich glaube, jetzt habe ich mehr Chancen. Der eine läuft hier unten lang. Den könnte ich anlocken. Es hat sich wieder beruhigt. Er kommt. Es hat sich wieder beruhigt. Na komm, guck mal nach, was das war. Ich muss den irgendwie hier hin... Rumore, rumore, mein Freund. Was war das? Rumore. Das hört er nicht. Aber jetzt. So, jetzt kommt der Kamerad. Komm mal hier. Nee, du musst mal hier ins Haus kommen. Komm mal hier rein. Komm mal hier hoch. Scheiße, das sind zu viele. Scheiße, ich muss hier raus. Ja, ein Geräusch. Komm mal. Das sind zu viele, Miri. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann dir nicht helfen. Ich muss hier erstmal den Typen. Der kommt jetzt gerade zu mir. Der will Rumore gucken. Scheiße, Mann. Geh mal hier, Rumore. Die kommt. Das ist in Ordnung. Rumore, Rumore. Ja. Okay, das sind vier Mann. Wenn du jetzt an dir vorbeigehst. Ich will auch nicht laut werden, weißt du? Ja. Weil wenn ich laut... Ja, gar nicht. Wenn ich das laut mache, ist das nicht gut. Okay, ich hab ihn. Okay. Oh, scheiße. Kopfschuss, egal. Puh, Leute. Kurz davor, selber zu schießen. Dann hätte er wieder Randale gemacht. Okay, der hat überhaupt nichts. Und dann... Mama hier hinten. Aber der ist hinterm Haus. Die habe ich gesehen, Mann. Richtig aufgeräumt. Ich gehe lieber hinten rum. Der hat richtig aufgeräumt, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ja der Wahnsinn, ey. Und jetzt sind wir mal hier... Wir haben eine Leiche. Wir haben eine Leiche. Das stimmt, du hast eine Leiche. Mann, ey. Wenn ich jetzt hier entfernen lasse, hätte, ey. Was ist mal, wie viele Leichen jetzt noch kommen? Kannst du dir das nicht vorstellen? Ich weiß nicht, wie auf den Häusern tischern. Oh, wie spul. Hä? Leute. Drei Tote. Auf einmal. Herr Ochsten. Hm? Ich glaube, ich habe einen Adler. Hör auf. Echt? Ich glaube. Soll ich mal drauf schießen? Oh, ich habe einen Abschiedsbrief gefunden. Soll ich mal drauf schießen? Warte, warte, warte. Ich räume gerade hier. Weil ich kann den nicht aktivieren. Ich meine, den nicht markieren. Ja, ich weiß. Ja, dann mach doch einfach mal. Wenn der Mann, wenn der Mann schon ist. Ja, ich bin wohl angezeigt. Ey, das ist ein Adler. Ja, dann mach weg. Jawohl. Geil. Ey, das war jetzt aber Zufall. Ey, damit habe ich jetzt... Oh. Das war nicht gut. Den einen haben wir ja... Oh, ich war jetzt... Ja, ich hätte die mit der Dingenswick machen müssen. Jetzt sind sie alarmiert. So, pass auf, Humore. Ja. Ey, Adler. Ah, ich habe auch einen. Ja, einen haben wir ja gefunden, den haben wir ja noch nicht weggemacht. Der ist ja da hinten. Ja. So, komm mal her, Humore. Nee, kann ich nicht. Ich habe hier drei Leute vor mir. Ach, du doch nicht. Ich habe hier auch vier Stück weggemacht. Okay. Mindestens vier Stück. Kann ich hier ein Steinchen schmeißen? Humore. Aber dann habe ich gleich Ruhe hier. Bastardo? Hat der jetzt Bastardo gesagt? Hat der das gesagt? Lass dir das... Hat der Bastardo gesagt? Lass dir das bloß dir gefallen. Ich gehe... Mal Corsa. Okay, der nächste ist tot. Warum wollen die alle einen Corsa fahren? Ich weiß das auch nicht. So, ich räum den mal weg. Oh, jetzt kommen hier zwei. Scheiße. Wir gehen mal hier rum. Halt den Bubble. Okay. Okay, komm hier rauf. Ich habe soweit fast alles sauber. Scheiße, die kommen beide hier rauf. Warte mal, der eine ist aber im Haus. Hast du gehört? Ja. Ich habe fast alles sauber hier. Oh nein, der ist nicht im Haus. Hier dürfte keiner mehr rumlaufen. Doch, einer läuft da noch rum. Zwei. Ich nehme mich hier gerade in eine Zwickmühle, die beiden. Scheiße, ich habe... Einer ist da oben. Okay, die gehen zurück. Kann auch jetzt nicht sein, dass du jetzt alleine das da nicht hinkriest. Warte, warte, warte. Die gehen zurück. Ich habe hier erstmal alles weggeräumt. Weiter laufen. Und wieder zurück. Ich habe hier einen Safe gefunden. Ja. Die gehen zurück. Egal, die laufen vor mir. Die schweizchen. Hihi. Die Ofra hat jahrelang Akten über den Widerstand geführt. Ich muss sie finden. Ich habe hier einen wunderschönen Platz gefunden. Abschuss. Und den anderen hat er nicht mitgekriegt. Wie geil. Das heißt, ich werde den jetzt nehmen. Okay, das haben wir. Geil, Leute. Was sagt er? Das haben wir. Ist das geil gewesen? War das geil? Ja, aber ich lobe mich selber. Ich weiß. Scheiße. Und wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, was der Don macht, dann auf seinem Kanal. Und wenn ihr sehen wollt, was die Miri da treibt, dann müsst ihr bei ihr auf dem Kanal gucken. Ja. Es ist nun mal leider so. Ich weiß auch nicht warum. Aber das wird wohl die ganze Mission so sein. Und schmeißen wir hier nochmal ein Steinchen hin. Ach, da ist der Corsa-Lieper. Ach du Scheiße. Der andere war hier. Der hat er aber nicht mitgekriegt. Ich habe den Safe gefunden. Ja, ich werde mal eben mit dem Corsa. Gucken wir mal, ob ich die... Ich habe die Kombination. Okay, die Akte habe ich. Ja, wir müssen hier erstmal den Corsa besorgen. Weil hier ist noch einer, der will den Corsa unbedingt gewinnen. Ich habe ein ganz anderes Problem hier. Ja, dann gib mir noch den Corsa, verdammt. Ja, ich mache ja schon. Wenn der den doch unbedingt haben will. Ich muss... Ich muss... Ein Brava. Ja, geh gucken. Geh gucken. Du siehst mich gar nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Da ist noch jemand, der nicht... Oh, der hat Scheiße. Der hat eine Leiche gesehen. Aber... Hä? Was hat der denn eine Leiche? Ich habe doch hier da keinen Liegen gehabt. Oh, da hinten sind Panzer drin. Scheiße, wie soll ich die beiden Typen denn wegmachen? Ja, den hat er gesehen. Da ist er hingerannt zu seinem Kumpel. Scheiße. Ich habe eigentlich hier nur noch zwei Stück, die ich wegmachen muss. Ja, ich habe nur noch einen. Aber ich muss mal dem seinen Kumpel hier wegpacken, weil der... Warte mal. Ziemlich nervös geworden. Wie Heuschrecke. Wieso, wie, wieso? Warum sagt der jetzt Heuschrecke? So, wir machen mal eben nach oben. Der hat irgendwann mit Heuschrecke gesagt. Heuschrecke? Ja, der hat irgendwann mit Heuschrecke gesagt. Vielleicht hat er ein Codewort, Herr Hoxton. Ich weiß nicht. So wie Mutterhenne oder... Oh, was? Einer ist tot. Einer hat dich gesehen. Spieler gesichtet. Runter! So, es kommt der nächste angerannt. Da bräuchte ich ja gar nicht holen, Junge, ne? Warum auch bei den anderen, der geht auch noch rein. Ja, haltet euch fern. Ganz schlimm. Das ist eine Möhle. Guckt noch einmal hoch. Oh, komm, noch einmal hoch. Danke. Komm, wir haben so viele Schüsse. Deckung aufgeflogen. Ja, gut, der Panzer ist super hoch. Da ist einer. Da ist er. Ah, wo ist er? Die Zerstörung dieses Tanklagers würde den Faschisten einiges an Kopfschmerzen bereiten. Okay. Da kann ich nichts machen. Krieg gefristet. Äh... Tanklager. Wollen wir uns auch noch? Entweder leise oder laut. Das meint der. Also, ich könnte dabei laut oder leise vorgehen. So sieht's aus. Ja, genau. Könnte ich. Könnte ich auch. Aber ich muss, glaube ich, erstmal den Panzer platt machen, ne? Ist das korrekt? Da steht er. Ich muss, glaube ich, erstmal den Panzer platt. Einmal in die Leere. So. Haben wir wieder einen erwischt. So, Leute. Jetzt haben wir eigentlich die... Hä? Ist das irgendwie... Gar nicht gesehen. Ach so, die Kette runter. Ja, genau. Das war ja der. Ja. Dann können wir jetzt hier oben erstmal alle Häuser durchsuchen. Hab alles gefunden. Lalalala. Das läuft gut. Du musst den Panzer platt machen. Das ist noch viel schlimmer. So. Da haben wir zwei Autos. Und da muss ich wohl jetzt ein bisschen lauter vorgehen. Der mit dem Ader. Ich bin auch total begeistert. Das ist die Gefühle. Der Fahrer ist down. Hammer. Oh. Ich bin auch down. Oh nein. Noch ein Mönö. Herr Ochs. Ja. Warum lassen sie mich nicht helfen? Weil du nicht da bist. Weil du am Arsch der Welt bist. Und deswegen muss ich den Scheiß hier machen. Okay. Du musst ja den ganzen Rotz hier alleine machen. Können wir den jetzt noch durchsuchen? So. Das ist neu, Leute. Machen wir mal ein Päuskes? Nee. Ich will das Ding noch eben schneller ledigen hier. Was ist das Ding? Ich weiß nicht, was sie mit ihrem Ding meinen, aber... Das werden das Ding hier. Äh. Ich muss ja irgendwie... Ich muss jetzt erst mal das Teil hier... So, ich geh mal ins Häuschen. Weil so ein Häuschen ist immer eine schöne Sache. Da lacht doch auch was drin. Hab ich doch gerade gesehen, bevor der Hoxen gestorben ist. Sehr nützlich. Da, oder? Nee. Nee, da liegt nix. Das Ding ist außer Gefecht. Und gleich macht das Boom. Aber Boom kann ich auch machen. Warten Sie mal. Ich trau jetzt erst mal ab hier. Boom kann ich auch machen. Dann bleiben Sie locker. Ich mach's auch mal Boom. Boom kann ich keinen Boom machen. Alle können Boom machen. Doch, ich kann auch Boom machen. Einmal Boom. Hat einer was gehört? Nein, natürlich nicht. So, das Ding ist platt. So, ich kann nochmal Boom machen. Und jetzt mach ich die nächsten Panzerblatt. So. Und der nächste Wagen geht drauf. Bäm. Moment, ich muss ja auch noch was platt machen. Dann bin ich aber dabei. Mit der mach ich alles. Dann... Dann hab ich alles. So, dann ist der Hoxen. Oh, wieder. Ja, sieht gut aus, Lois. Der, der macht doch... ...der so. Oder? Der Don Hoxen macht alles kaputt. Hey, ich glaube, ich kann zu Ihnen kommen, Herr Hoxen. Hey, dann kommen Sie runter, verdammt nochmal. Wie zeigt. Ja, ich bin dabei. Ich gehe nochmal eben auf den Wachturm. Ey, cool. Cool. Moment. Komm nicht rüber. Ach, Mann. Komm nicht über die Schranke. Ja, war ja wieder klar. Können Sie die aufmachen irgendwie? Nein, das geht nicht. Die habe ich schon versucht. Das geht nicht. Ich komme da auch nicht rüber, weil die beiden Typen, die davor von der Schranke gestanden haben, komme ich ja auch nicht dran. Ach, super. Oh, warte mal. Hier ist ein Leuchter. Ich jag mal eben die Panzer hoch. Vielleicht nicht irgendwie abschießen. Jawohl. Ja, super. Wie soll ich jetzt hier weitermachen? Nein, nicht runter. Runter, Junge. Runter. Also hier ist alles sauber. Geil, das läuft. Lauf mal auf. Oha. Fuhrpack zerstört. Sauber. Hier ist noch ein Tanker. Ach, Tanker. Da sieht mich einer. Endlich mal lang. Hier reinschießen. Da hat mich einer gesehen. Alter, wie oft muss ich denn da reinschießen? Oh, jetzt. Oh, weg hier, 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 weg hier. Einmal speichern. Unbedingt. Ich kann nicht speichern. Warum kann ich denn nicht speichern? Ich gehe da noch an einer Bank vorne. Hast du die alle erledigt da? Ja. Moment, ich habe hier noch Minen. Ja, vorsichtig, ja. Hier, wo müssen hier Minen liegen? Ich muss jetzt oben rum gehen hier. Ich werde gesehen. Humor, ich habe fünf, sechs, alleine. Voll geil, ey. Okay, ich kann nicht zu Ihnen kommen. Soll ich mal sagen, wie viel ich hier weg gemacht habe? Ja, definitiv. So. Ja, wie gesagt, Leute. Guckt das bei Herrn Hoxton auf dem Kanal. Ja, so sieht es aus. Was? Machen wir Päuschen? Ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt ein Päuschen. Alles klar. Also, rein hier. Ich speicher ab. Ja. Ja, jetzt kann ich speichern. Zack. Und wir sagen, bis demnächst. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao.